Das ist ein Baustein für das Netzwerk. Wir haben ja die Messe gehabt, die Unternehmerinnenmesse am 1. März dieses Jahres und wir haben im Vorfeld dadurch, dass wir auch schon einen Arbeitskreis hatten, ganz intensiv an unserem Netzwerk gearbeitet, denn viele Unternehmerinnen kannte ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und dadurch, dass wir die Leute kennenlernen und uns auch gegenseitig unterstützen, wird das Netzwerk immer größer, denn es waren ja auch viele aus den umliegenden Gemeinden da, sogar welche aus Cuxhaven und ich weiß, dass Cuxhaven uns beneidet um unsere Messe. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, weil diese Stimmung, dass die Frauen so zusammenhalten, das war eine ganz besondere Energie auf dieser Messe. Das war toll und ähnlich ist es hier. Das ist eine Manna aus Energie im Leben. Das ist eine Systemische Beratungspraxis, Energie im Leben. Da soll sie ihren Standort haben und sie wird hin und wieder ausgelegen zur Ausstellung. Das ist jetzt besser, wenn da der... Nee, nee. Das ist für das nächste Projekt, dass wir das dann auf mehr Schultern verteilen müssen. Warum nicht? Das war jetzt so schön. Das war jetzt gemein. Das war jetzt so. Das war jetzt so.